Servus! Durch diese... Gott, was ist das denn eigentlich? Mercury-Sweeten... Ach guck mal, da waren wir überall schon. Oh, das ist ja gar nicht so riesig. Doch, da geht's noch mal schon weiter. Und unser Ziel ist es, Sojong's Apartment zu durchsuchen. Wir wissen ja, dass es Atlas nicht gibt. Beziehungsweise Naja, dass Atlas nicht der ist, von dem wir dachten, dass er er ist. Atlas ist nämlich Fontaine. Fontaine. So, und wir haben da vorne irgendwo einen Big Daddy mit einer Little Sister. Einen von zweien in dieser... In dieser Map, in diesem Level. Hat Freer immer Level gesagt, aber man sagt heutzutage gar nicht mehr so Level irgendwie. Oder doch noch. Holzen. Wow. Das ist gemein. Wo ist denn der? Der ist bestimmt da oben. Boah, sollen wir das irgendwie... Warte mal. So. Wir hacken uns jetzt erstmal diese Kamera für uns. Oh, wow, 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 wow. Alles klar. Alles klar. Was? Warum... Ach so, ja, die gehen ja nicht zusammen wegen... Oh, wow, 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 wow. Ah, 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 ah. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. So, hier runter bitte. Ach du Scheiße. Ah, 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 ah. Ich hätte bitte gerne nochmal so einen hier. Zack. Dann so mal rüber. Und so rüber. So. Wir geschafft. Jetzt könnte diese Kamera uns. Hier haben wir noch einen schönen Raketenwerfer, einen Granatenwerfer, haben wir gesagt. Hier nochmal ein Abbein, super, brauchen wir nicht. Wow, guck mal, neue Waffen-Upgrade-Sache. Nein! Nicht einen neuen Bereich aufmachen. Da ist unser Ziel. Das wollen wir noch nicht. Das wollen wir noch nicht. Ich bin doch so ein Zielverweigerer in den Spielen, weil ich... Es hakelt heute die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen. Jetzt wieder. Es dürfte eigentlich nicht hakeln. Nicht bei diesem Spielen. Das ist jetzt kein nerviges Hackeln. Das ist halt so, alle paar Minuten bleibt es halt so ganz kurz stehen. Für einen Bruttal einer Sekunde. Mail von Tane. Ah, okay, hier können wir wirklich nur einen Code eingeben. Und es hing schon wieder kurz. Was ist denn da los? Ich schau jetzt gerade die Aufnahmesoftware. Da passt alles. Sorry, da ist die Unterbrechung, aber... Na gut. Vielleicht. Naja, ist halt nur Remastered. Vielleicht ist da irgendwie ein Problem. Das ist, glaube ich, ganz klar, oder? Schadensimmunität. Automatisch generierte Hohlladungen machen dich deinen eigenen Granaten gegenüber immun. Das war bis jetzt weniger ein Problem. Ich möchte gerne mehr Schaden austeilen. Vor allem bei Big Daddy's dann. Yeah. Ho, 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 ho. Wunderschön. Äh, so. Ne, eigentlich wollte ich... Wie haben wir hier eigentlich? 171. Äh. Äh, äh. Oh, geh an die Tür, Sydney. Ähm, Schrot verkaufen sie. Dann hacken wir dat mal schnell. Dann hacken wir dat mal schnell. Äh, ähm, b, 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 ba, da, 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 da. Äh, da, 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 da. Äh, da, 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 da. Ähm, nach oben bitte. Ach, so scheiße. Äh, so, da, 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 da. Hier rüber und darüber und hoch. Und dann mal hier rüber und den da und dann haben wir dat. Abgeschlossen. Ähm, ich hätte sehr gerne Schlot tatsächlich. Das ist halt so teuer, man. Panzerbrechende Kugeln. Werden wir nämlich auch noch brauchen. Und nochmal ein bisschen... Ach, Verbandskasten. Vielleicht eh nur so wenige. Da kaufen wir nochmal einen. Und normale Kugeln. Und tschüss, haben wir alles Geld draus geballert. Ich mag halt schon die Schrot, ne? Die ist halt auch gut. Und effektiv gegen... Wow, okay. In dem Fall jetzt irgendwie nicht so. Da waren wir schon. Ich wollte nämlich gerade sagen, die ist gut und effektiv auch gegen normale Gegner. Ohne, dass es Perso-Geschichte ist, ne? Ohne Personenschaden, Kugeln. Oh, wow, Mädchen. Äh... Die Person... Nein, 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 nein. Oh, habt ihr gesehen? Das hat sich kurz gestockt. Habt ihr das gesehen? Da hat es einfach kurz gestockt wieder. Und nochmal direkt nach dieser Folge... Oh, hi. Äh... Ich bin der Zahle und ich glaube, wir werden jetzt gleich ein bisschen Spaß miteinander haben. Äh, wo können wir uns denn hier überall verstecken? Ah, okay. Das ist ja vielleicht noch relativ gut. Ach, die machen da Pause. Oh. Ah, die ist da jetzt reingeklettert. Alles klar. Bringt uns jetzt also erstmal nichts. Ah, jetzt ist ja gut. Ja, es geht jetzt schon wieder weiter, kleines... Es geht jetzt schon wieder kleiner... Äh, kleines... Es geht jetzt schon wieder weiter. Mehr Schaden! So, er schießt jetzt noch blind. Wow. Der hat genau da durchgeschossen. Na, der hat aber mal eine gute Zielwasser, hey. Na, komm, haben wir noch eine. Aber auch nur noch wirklich diese eine... Äh... Äh... Ionischer Schrot. Scheiße, schon wieder gesundheitsbeck nehmen. Oh, da ist er... Da hat er sie jetzt versteckt. Oh nein, nicht so... Nicht so wieder nachladen, Mann. Jesus. Das tut mir sehr leid. Oh, das ist immer so traurig, ne? Oh, das war Bubbles. Bitte steh doch auf. Nein. Nein. Doch, 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 doch. Wir helfen dir doch nur, kleines. Wir wollen doch nur helfen. Ich habe schreckliche Dinge gesehen und noch schlimmere Dinge selbst verbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine kleine. Sie wird hier behilflich sein. Ah, okay. Es gibt wieder ein bisschen ein Geschenk. Äh... Na, hoffentlich irgendwie... Wieder ein bisschen Gesundheitspacks. Wir haben kein Geld. Oder kaum Geld. Ähm, Ionischer Schrot, 13 Stück. Der Ionischer Schrot ist wirklich ziemlich gut, äh... Gegen die Big Daddies. Richtig gut, eigentlich. Zeit fürs Haierbettchen, Mr. B. Da klettert die jetzt rein. Ach so, und ich dachte, es gibt erstmal noch ein Geschenk. Ich dachte, es gibt noch ein Geschenk für uns. Aber irgendwie nicht so, ne? Gather Us Garden hier in der Gegend irgendwie. Nicht direkt. Hier halt einer. Ich hätte schwören können, dass sie gesagt hat, es gibt ein Geschenk. Aber gibt er gar nicht. Naja, die schickt uns dann schon eines Tages wieder mal was. Eines Tages. Jetzt sind wir aber wieder im G, weil wir da wirklich mehr... Oder wie viel haben wir da? Noch 17, ne? 17, ja. Ich gucke ja jetzt nur noch einmal hier um die Ecke, ja? Nur noch einmal hier um die Ecke gucken. Oh, ich muss mich jetzt echt mal hier mit diesem Teil heilen. Ähm, hacken erstmal. Erstmal hacken. Wow. Äh, hoch und hoch und rüber. Haben wir noch mehr für rüber? Ja. Und hoch. Und hier rüber. Und da rüber. Geschafft. Und dann halten wir uns mal für 10. Ei, 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 ei. Okay, das ist halt... Das ist halt... Das ist halt... Wow. Na komm, du bist doch... Du bist doch schon tot. Yay, ein Stückchen Kuchen. Und was haben wir hier? Ach nein, echt? Ne. Das ist so ziemlich waffenmäßig das, was uns am wenigsten interessiert in diesem Spiel. Oh. 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 Ja, ich glaube, das werden wir, sobald wir den Schrot einsammeln. Okay. Das ist abgefahren, das ist da, aber da kommen wir nicht hoch, ne, ist auch nicht zu oben, ist auch nicht zu holen. Na ja, schauen wir uns mal, das ist eigentlich schon eine coole, coole inszenierte Sache, aber das ist, glaube ich, mega psycho, ich habe ein bisschen, ich habe so ein bisschen Gänsehaut an den Schultern gerade gehabt. So, ein Verbandskasten, Tischlein, oh, eine Truhe. Da gehen wir mal schön mal schnell noch das Bücherregal ab. Ist die wie so? Vielleicht ist hier ein Geheimgang. Bücherregale sind doch immer Geheimgangs... ...affin. So, auch wenn, äh, natürlich Bücherregale keine Affinität zu irgendwas haben könnten, äh, ich, sagen wir mal, die Spielegestalter haben bestimmt eine Affinität dazu, hinter Bücherregalen Geheimtüren zu verstecken. Irgendwas hier, es ist hier wirklich so schwarz, ja, es ist, es ist wirklich so schwarz. Mondscheinabsinnt. So, jetzt, äh, werden wir wohl, du, oder übel, ein bisschen hier von diesem Schlot einsammeln, haha. Ähm, na gut, aber ich möchte da halt nicht die Antipersonendinger. Ich möchte nicht die Antipersonendinger. Sollen wir die mal versuchen? Ohhh... Oh, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 die haben hier wohl ein bisschen mehr Kraft, die Leute. Gut, da muss man Antipersonen umschalten. Sind keine Normalos. Die sind aber sowas von keinen Normalos. Eieiei. So, sie haben wir. Aber, wo ist der jetzt hin? Na gut, ein Verbandskasten. Einen verbraucht, einen bekommen. Ist der hier rein? Nee, die ist immer noch zu. Wo wird denn der jetzt hin sein? Oh, nochmal ein Big Daddy mit Mädchen. Du glaubst. Dann wirst du endlich lernen, Anweisungen zu befolgen. Ich komme jetzt runter, kleine Motte. Ich komme runter und leere dich tanzen. Ja. Super. Ich bin Sender Cohen. Okay. Alles klar, Mann. Sender Cohen. Kenn dich doch schon. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Scheiße, Mann. Was haben wir in der Schrotze? Explosiv. Normalen. Pistole haben wir noch. Antipersonen. Aber auch nur noch 10 Schuss. Ja, ich nehme mal die normale. Schauen wir mal, wie nah er uns herankommt. Oh, wie ist es denn? Oh, wie kommt er schon mal? Ja, wie entkommen wir da schon mal? Keine Sorge. Oh. Oh, oh, oh. Schlecht. Da muss man das mal echt heilen. So. Haben wir das doch geschafft. Weil ganz ein Schrot verbraucht. Nee. Sender kommt ins Kästchen. Wow, 39 Antipersonen hierfür. Wow. Das ist natürlich schon ganz gut. Aber trotzdem mal wieder hier ganz ein Schrot verbraucht. Wow. Ich habe hier wieder alle vier Kugeln verbraucht, ne? Das ist halt so ein Ding hier. Mit diesem Spiel. Wir gehen jetzt mal nach oben. Gucken wir mal, was er hier versteckt hat. Das ist natürlich immer cool mit seinem... Wow, wow, wow. Ach Gott, das... Wow. Ach, okay. Wir können die jetzt sogar noch plündern. abgefahren. Wow. Oh, sehr gut. Sehr, sehr großartig. Äh, diese Aussetzer gibt es übrigens jetzt nicht mehr. Das war jetzt am Anfang der Folge nur aus irgendeinem Grund. Sehr, sehr gut. Äh, natürlich die Schadensimmunität. Alle Upgrades für vier Waffen. Heißt das Ding jetzt gerade. Äh, das Achievement, das wir bekommen haben. Ähm, MG-Patronen. Ja, ich schalte jetzt erstmal auf MG wirklich um. Vandagen. Er frischt uns das irgendwie ein bisschen? Entschuldigt. Wow. Wow. Oh, okay. Was wette ich, dass die anfangen zu lieben? Genau, wir ziehen ja nämlich den, oder? Und dann geht es jetzt voll ab. Doch nicht. Tut mir leid. Es muss doch irgendwo... Es muss doch irgendwo ein Kästchen geben. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen für Comments Kästchen. Gut, das Kästchen muss natürlich nicht unbedingt hier sein. Aber es wird definitiv ein Kästchen geben. Ähm... Ho. Ho, ho. Nee, sieht wirklich nicht so aus, als gäbe es das hier. Hier haben wir doch schon alles. Ja, schießen wir nochmal auf die hier. Tut mir leid. Nee, da gibt es nichts Neues zu holen. Nö. Das war es. Und hier? Können wir nichts von der Decke runterziehen oder sowas? Nee. Ran gar nichts. Es ist alles erledigt, was zu erledigen war. Moment mal, natürlich hier um die Ecke vielleicht noch was. In diesem Raum. Aber es wird mich fast wundern, wenn da jetzt... Oh, mal ein Kühlschrank. Habe ich nicht gesehen vorhin. Ähm... Es wird mich wundern, wenn da jetzt plötzlich ein neuer Gegenstand... Naja, was heißt wundern? Das wäre jetzt eigentlich so... Wäre ja gar nicht mal so ungewöhnlich in diesem Spiel. Hier? Nichts Neues. Was? Naja, das war Stickstoff. Nee. Ist da ein Stick... Nööööööööööööööööööööööö... um sich ein bisschen Zeit zu verschaffen. Aber ob man sich da jetzt so viel Zeit verschaffen kann und wenn man halt flieht, die bleiben ja halt dann noch. Man kommt dann später wieder an derselben Stelle vorbei. Vielleicht kann man es aber so trotzdem schlau einsetzen. Liebe Freunde, ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut, denn es geht morgen weiter in der nächsten Folge Bioshock 1 Remastered mit mir, mit dem Zahle. Ich freue mich auf euch. Ciao und Servus. Vielen Dank.